So, Servus, ich film euch. Nach 3 Stunden und 40 Fahrten sind wir immer noch körperlich in der Lage. Oh, das ist auch der Nanga Baba hier, oder? Der Mont Everest. Wie lange sind wir jetzt hier 5 Minuten? Ja, Servus, der Vincent. Sag mal. Servus. Wo ist denn mein Bruder? Wo ist denn der Mika? Der Spastel, ne? Sag das mal. Ich sag nicht, Spastel. Okay. Gott. Also jetzt filmen wir euch an Statt, oder auch nicht? Danke.